Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Averia Saubande und wir sind ich die Averia und ich der Floki. Jawohl. Und in den Multiplayer-Projekten ist auch noch die Navara mit am Start. Ja, unser Kanal wird sich etwas verändern die nächste Zeit, das heißt es gibt wieder mehr Singleplayer-Projekte und es bleibt natürlich bei einem Multiplayer-Projekt. Das heißt der Floki startet ein eigenes Projekt. Richtig, weil man muss ja nicht immer alles zu alleine machen. Genau und ich fange aber auch wieder ein Einzelspieler-Projekt an. Könnt ihr ab Montag bei uns verfolgen und natürlich bleibt es bei unserem täglichen Multiplayer-Projekt. Das verändert sich aktuell aber immer mal wieder. Ja, wir hoffen, dass es euch auf unserem Kanal gefällt und dass ihr noch eine Menge Spaß bei uns haben werdet und ja, vielleicht liest oder hört man sich ja demnächst mal. Wir freuen uns auf euch. Genau. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.